Eine Begrüßung ist da. Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Altes Tor, Eingangstor wird restauriert. Das Schloss, das alte, muss ja herausgenommen werden. Es kommt ein neues hinein. Dazu muss ich den Schlosskasten, der ausgestemmt war, neu ausbohren, ausfräsen, damit der kleinere hineinpasst. Denn das Tor wird elektrisch geöffnet dann in Zukunft. Jetzt wird der Schlosskasten eingestemmt. Wenn er zugeht, schnappt er natürlich hier ein. Und wenn ich die Falle einhänge beim Schließblech, sehe ich, dass ich hier bündig bin. Der Stulb und das Schließblech sind hier bündig. Also das heißt Stulb. Das ist die Falle. Das ist einfach. Das heißt, ich fräse das irgendwie ein, so circa mittig. Dann fräse ich den Stulb, lasse die Einstellung auf der Maschine gleich. Dann bin ich immer mittig ausgerichtet natürlich, brauche nur Bohrer wechseln und bin wieder mittig. Das hingegen beim zweiten Türblatt, beim Fixen, stemme ich das erst ein, wenn es fertig ist. Aus dem Grund, falls ich mit der Höhe irgendwie, ich habe zwar oben den Falz, aber mir ist es lieber, es ist eingehängt und zusammengebaut quasi. Blöd wäre es, wenn ich hier um zwei Millimeter versetzt bin und es würde nicht hineinfallen, die Falle in das Schließblech. Und daher lieber später, ich weiß, jetzt wäre es natürlich günstiger, wenn ein Kratzer noch reinkommt, wäre es egal, aber ich gehe dieses Risiko nicht ein. Das ist der Flügel, der dann innen links ist und der fällt zu. Jetzt muss das hier so hinein, das ist unten. Die Drückerhöhe, also wo das Vierkantheisen durchfährt, ist auf 105 Zentimeter genormt. Das heißt, hier ist unten circa, ich hänge hier ein, vielleicht muss ich hier noch einen Zentimeter oder so wegschneiden, aber im Großteil passt das. Und hier mittig 105. Jetzt reiße ich mir das hier an, überwinkle mir das nach unten. Den Stulb, das Anfang und Ende reißt sich mir dann an. Wenn es drinnen steckt, dann kann ich das perfekt anzeichnen. Jetzt quasi wird das hier eingestellt, also hier kommt er hinein. Und hier ist dann ein Zapfen. Genug Abstand. Blöd wäre es, wenn das im Zapfen drinnen ist, dann hat man sich erstens unnötig diese Arbeit angetan und stemmt den Zapfen später wieder heraus. Und zweitens würde die Tür nicht mehr die Stabilität haben, die sie eigentlich haben sollte. Ich werde ziemlich mittig hineingehen. Wir haben ja festgestellt, dass ich hier bündig bin. Und wenn das hier quasi circa mittig ist, ist es beim Gegenstück auch circa mittig. Dann brauche ich später nur hier beim Holz eine kleine Phase anfräsen, damit die Falle dort rüber schnappt. Natürlich könnte ich es auch ganz bündig nehmen, aber ich glaube, das gefällt mir nicht. Und auch die Stabilität des Holzes ist nicht mehr so stark, wenn hier nur ein, zwei Millimeter Holz stehen bleiben. Mir ist es lieber, es ist innen. Ich mache eine Phase. So, jetzt gehen wir mal rüber wieder. Wir messen uns hier die Stärke. Zwölf Millimeter. Man nimmt aber einen 14er Bohrer. Wenn man genau zwölf bohren würde, dann wäre das zu knapp. Und man bringt ihn nicht ordentlich hinein. Ich reiße mir aber hier trotzdem noch die Mitte an. Hier habe ich eine Stärke von 35 Millimeter. Ist 17 circa. So, jetzt habe ich genau die Mitte angerissen. Und später hat dann das Schließblech quasi genug Halt, links und rechts. Und es ist genug Fleisch hier, nicht, dass es gleich wegbricht. Die Tiefe noch. Ich bin jetzt hier auf meinem Nullpunkt. Und ich weiß, ich muss acht Zentimeter hinein. Denn das muss ja auch hinein. Das wird ja später bündig mit dieser Seite. Also acht Zentimeter. Da fahre ich einfach ganz an hier. Und dann habe ich hier unten dieses Eisen. Kann man das sehen? Das stelle ich jetzt hier mit einer Distanz von acht Zentimeter ein. Also ich stehe hier ganz an. Dann gebe ich unten mein Maßband hin. 8,5. Perfekt. Die Mitte habe ich hier angerissen. Und der Bohrer hat auch so eine Art Mittelteil. Circa die Mitte. Das muss hier nicht ganz exakt nach irgendwelchen Vorschriften sein. Wenn man so ein Schließblech hat, das um die Ecke geht, dann muss man sich natürlich an ein Maß halten. Aber bei einer Innentüre hat man sowieso nicht diese Spielmöglichkeit, die ich hier habe. Denn bei einer Innentüre hat man ja nur den Falz. Diese paar Millimeter. Also diese 20 Millimeter da oder 24. Und das war's. Hier habe ich ja viel mehr. So, die ganzen Hobelspäne heraus. Jetzt kann ich mir das hier reinlegen. Jetzt passt das ganz genau. Ich habe minimal Spiel, gerade dass es schön leicht locker hineingeht. Und jetzt mache ich mir einfach hier einen Strich. Und hier einen Strich. Jetzt habe ich ganz exakt die Länge. Mit der Oberfräse kann man sich da natürlich auch eine Schablone bauen. Aber hier in diesem Fall müsste man die Schablone wieder umbauen. Weil am meisten macht man ja normale Innentüren. Normal Innentüren. Daher ist es hier einfach sinnvoll, es mit der Langloch zu machen. Und das ist eine 100.000 Jahre alte Tür. Das heißt, wenn der Langlochbohrer hin und wieder einen Hacker macht, wenn er sich in so einer Faser verhängt. Das werdet ihr kennen, so leichte Vibrationen. Und hier sind leichte Hacker drin. Ist das egal. Ich bin mit diesem runden Schloss sowieso nicht zufrieden. Jetzt habe ich hier einfach einen 18mm Bohrer hineingegeben. Habe an der Höhe nichts verstellt. Dann ist dieser jetzt genau zentriert noch immer mittig. Wir sagen danke. Wir sagen prinzipiell auch mitten im Video jetzt danke immer. Man muss sich viel mehr bedanken. Wichtige Masse. Stultmaß. Das hier hat 18mm. Das heißt für die Oberfräse entweder einen 18mm Fräser oder für die Langlochbohrmaschine. Ja, oder einen 18mm Bohrer. Hier das hier rund bohren und den Rest händisch stemmen. Das Dornmaß für Innentüren oder in dem Fall hier die Eingangstür ist 5cm. Also hier, das ist immer 5cm zurück von der Vorderkante. Also einfach 5cm hineinmessen, Loch bohren. Denn wenn man sich das so hinlegt, wie es viele machen und so hier anreißen, wird das nicht so genau. Also Kastenbreite ist 80mm. Die Dicke davon ist 14mm. Stulp hat eine Breite von 18mm. Das haben wir schon gesagt. Die Drückerhöhe ist auf 105cm. Und hier, diese Distanz hat 88mm. Also dieser Strich mittig hier nach unten ist 88mm, dann passt das ganz genau. Und hier haben wir natürlich wieder die 5cm, ist klar. Und der Stulp hat eine Dicke von, hier haben wir die Schublehre, das schauen wir uns an. Ja, 3mm. Das stelle ich mir wieder so ein. Ich fahre hier ganz an, hier das Eisen wieder ganz an und halte mir den Stulp quasi inzwischen. Ziehe an und durch das Stulp inzwischen halten, habe ich jetzt genau das Maß. Ich kann vielleicht noch um einen Hauch mehr einstellen, weil ich noch schleifen muss. Jetzt setze ich mich wieder her. Jetzt muss ich ja ganz genau arbeiten, denn wenn ich aus diesem Strich weiter herauskomme, dann passt die Bohrer nicht. So, wenn man das schön mit Ruhe macht, ist das einigermaßen genauer, außer hier kann man ein paar Hacker sehen. Jetzt werden wir schauen, wie sich das Schloss da drinnen macht. Okay, mein Bohrer ist um einen Hauch zu dünn. Das ist wahrscheinlich vom Schleifen. Was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt traurig sein. Nein, ich werde nicht traurig sein. Ich werde einfach das Ganze ein wenig in die Höhe. Natürlich passt der Radius da nicht 100%. Schauen wir uns das an, ob das halbwegs passt. Wenn es passt, ist es gut, wenn nicht, werde ich mir einen neuen Bohrer kaufen. Es passt noch nicht. Jetzt werde ich nicht nochmals oben was wegnehmen, sondern jetzt fahre ich nach unten und nehme unten auch was weg. Dann fällt das nicht so auf. Also mit dem Ende des Stulps quasi. Wenn ich jetzt hier einmal raufschlagen würde, wäre es ganz streng drinnen. Hier kann man sehen, es passt. Der Radius nicht tausendprozentig, aber eigentlich kann man es durchgehen lassen. Ich zeige euch das jetzt trotzdem. Ich schlage es hinein, damit ihr mir das glaubt. Passt ganz genau. Hier. So fällt das hinein. Hier ist unten, ja. Und hier ist oben, genau. Falzüberschlag ist da. Und jetzt schlägt das so hier hinein, zack, und hängt sich ein. So kann ich euch das jetzt am besten zeigen. Also das kommt hier her, so. Zack, schnappt ein. Und ich bin ganz bündig hier mit dem Stulp. Das heißt, also dieses Maß hier ist dann später dieses Maß. Also diese Kante muss Nullpunkt sein. Das sind hier circa 8 Millimeter. Das muss ich beim anderen zurückmessen und das dann einstemmen. Und dann hat man das ganz genau. Ich werde jetzt noch diese runden, durchgestemmten Zapfen eckig stemmen. Dann werde ich das Teil noch schleifen. Und dann werde ich grundieren. Nur diesen Teil hier werde ich grundieren, denn der wird hier rot gestrichen. Das habe ich jetzt aber schon 30 Mal gesagt. Es geht dann darum, wenn das hier so drinnen steckt, hier, dann wird das hier arbeiten. Ich übertreibe natürlich, wenn ich so extrem viel. Aber wenn ich jetzt das zusammenbauen würde, rot streiche, trocknet das zusammen, zack. Und dann würde hier das Helle herausschauen. Und so, wenn ich es jetzt streiche, ist es rot, dann trocknet das zusammen. Und es ist unten auch rot. Ah, riecht sehr gut nach Leinöl. Man muss sich ja nur die Zeit dann nehmen, zu warten, bis es trocknet. Denn wenn das Leinöl noch nicht trocken ist, die Farbe, man baut es zusammen, dann verbindet sich ja das genauso wie ein Leim. Und es würde reißen beim Trocknen. So, ich schleife. Beim Schleifen, wie gesagt, lasse ich euch nicht zuschauen. Aber Lori, das hat so euch mit der?... Okay. Vielen Dank.